Ich wollte schon immer ein Superheld sein, aber wenn ich gewusst hätte, wie all das ausgehen wird, wäre ich ein Niemand geblieben. Ein Bruch beim Bundesnachrichtendienst. Bekannte Hackergruppe Clay bekannte sich zu der Tat. Das konfrontiert dem BND mit dem womöglich größten Skandal seiner Geschichte. Aber ich bin kein Niemand mehr. Ich bin einer der meistgesuchten Hacker der Welt. Das war nicht immer so. Paradise Pizza. Ich war ein Nichts, bis ich Max traf. Warum bist du hier? Computerkram. Halt schon mal vor? Du kannst Maschinensprache lesen. Das war die Geburtsstunde von etwas Großem. Unsere erste gemeinsame Aktion war ein kleiner Gruß an die Pharmaindustrie. Wir brauchen Namen. Wir müssen groß werden. Wie wär's denn mit Clay? Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen. Superhelden brauchen ein Superhelden-Auto. Die Jungs sind wie Windows. Das dauert, bis sie hochfahren. Je dreister wir waren, desto mehr konnten wir erreichen. Aber im Netz ist man nie allein. Sie nennen sich Friends. Sie waren unsere größte Konkurrenz. Nach neuestem Ermittlungsstand scheint mindestens einer der Friends aus Berlin zu operieren. Den Wichser machen wir fertig. Jetzt machen wir eine Aktion, die alles stoppt. Der BND. Heute früh wurde die Leiche eines Hackers aufgefunden. Neben der Leiche wurde das entwendete Datenmaterial des BND-Hacks gefunden. Hast du irgendwelche Daten mitgehen lassen? Ich hab's den Friends geschickt. Friends ist Teil der Russian Cybermafia. Ich wollte es euch beweisen. Wir sprechen hier von organisierten Verbrechen. Jetzt glauben alle da draußen, dass wir das waren. Sie wissen, wer ich bin. Sicherheit. Alle wollen Sicherheit. Ab 25. September im Kino.